So, der Droidenhain ist nicht groß. Das ist gut. Das da wird die Kampfgrube sein. Da ist noch mehr Klebstoff. Noch mehr Klebstoff. Lächerlich. Sackt euren Spruch auf und dann werden wir die Erde von eurem Schmutz befreien. Warum greifen die Droiden jeden an, der den Wald betritt? Das entspricht nicht der Rolle eines Droiden. Zernd will wissen, was sich hier geändert hat und warum ihr so reagiert, wie ihr es tut. Wir haben ein paar Fragen zu den Droiden. Das betrifft Jaira unmittelbar. Wir erwarten eine Antwort. Nehmen wir mal das mit Zernd. Zernd spielt hier keine Rolle. Ich bin eine Droide des Schands und die Hierarchie liegt dann nieder. Wenn er glaubt, dies ändern zu können, warum zeigt er sich dann nicht? Mit Hilfe dieses Heinz bin ich stärker als je zuvor. Nichts kann mich hier verletzen. Solche bindenden Rituale sind zwar bedenklich, da sie der Erde selbst Energie entziehen. Aber Mutter Natur speist mich mit genügend Kraft, damit ich für sie kämpfen kann. Hier regieren immer noch die alten Rituale. Als Ruine ist es Jairas Recht, euch herauszufordern. Ich werde gegen euch kämpfen, gegen euch alle. Darf ich euch einen Handel vorschlagen? Ein Geschäft für das Leben, der er in Handelstreff? Nein, Jaira fordert euch raus. Ihr werdet die Herausforderung akzeptieren und dann werden wir kämpfen. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Ort weiter unter eurem Schutz steht. Schutz in Anführungszeichen. Bei der großen Mutter. Ihr werdet dieses Drain nicht überleben. Ihr habt natürlich Unrecht. Ich genieße den Kampf der Rituale und heiße die Gelegenheit willkommen, eure verwerfliche Existenz zu beenden. Kommt und sterbt! Gut. Ja, Jaira... ...hat nichts an. Ja. Schwerter statt Wörter. Weil jetzt alles da drüben liegt. Ich bin bereit. Inserter, Impulsier, Impulsier. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Die Rache ist mein. Ah! 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 Ich weiß jetzt nicht, ob der Verfall geklappt hat. Das Problem ist, sie scheint sich zu heilen. Ah! Ah! So, nehmen wir mal Rindenhaut. Stirb, Kreatur. Und nähere die Erde. Ah! 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 Okay, Feuerschwell ist abgeklungen. Neues. Sie ist schwer verletzt. Wir können uns mal heilen. So, das ging durch. Gut. Nochmal eine Rüstung auf uns. Versuchen wir sie noch mal zu. Ach, hat geklappt. Das heißt, wir merzen sie jetzt langsam aus mit dem Bienenschwamm. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie sich verwandelt. Okay. Was passiert? Mausetod, wie sie es sein sollten. Der Rest von euch wird jetzt verschwinden und besser nicht zurückkehren. Äh, nein. Habe ich ein Quicksafe gemacht? Nein. Dann muss ich den Autosave laden. Hm. Na, was haben wir denn da? Ein paar Narren wollen die rechtschaffende Kraft der Natur behindern? Mit Hilfe dieses Heinz bin ich stärker als je zuvor. Nichts kann mich nicht mehr helfen. Ja, hier hast du gutes Recht. Ich habe natürlich Unrecht. Ich genieße den Kampf der Rituale und heiße die Gelegenheit willkommen, eure Verwerfliche Existenz zu beenden. Kommt und steckt. Bär, 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 bär. Oh, die hat einen Rettungswurf gemacht. Das ist nicht gut. Bär, 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 bär. Bär, 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 bär. Äh. Ja, schneller als Chickticker schnell pratsche. Bär, 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 bär. Ich warte auf euren Befehl. Meine Konzentration wurde unterbrach schon erledigt. Ah! Ja. Meine Konzentration wurde unterbrochen. Das Dienst der Magie hat sich aufgemischt. Meine Konzentration wurde unterbrochen. Ich glaube, nochmal neu laden. Ich denke, ich bin soweit. Sie legt halt alles ab. Auch die Sachen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ja? Ich warte. Ist halt die gute Frage, wenn ich zurück auf sie jetzt wirke. Die Tafelmord. Die Tafelmord. Wacho. 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 Ob das da noch anhält, wenn sie drin ist. Na, was haben wir denn da? Ein paar Narren wollen die rechtschaffende Kraft der Natur behindern. Ein Name, mit dem ihr aus irgendeinem Grund im Gedächtnis geblieben ist, den ich aber nicht fürchte. Und ihr glaubt besser, als fallen zu wissen, was zu tun ist? Ich stelle die Behauptung auf, dass ihr einen Hervor für die Natur selbst darstellt. Ihr seid eine Störung, der man nicht gestatten darf. Und ich werde mit der Machtmärtsklamm zu meiner Überzeugung gegen euch kämpfen. Mit Hilfe dieses Heinz bin ich stärker als je zuvor. Ja. Ritualkampf. Ich will die anderen nicht töten. Also nicht noch mehr als sowieso. Ich warte auf eurem Gefühl. Wacho. 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 Dieses Mal ist der Rettungswurf nicht gelungen. Schon erledigt. So, dann laufen wir mal ein bisschen im Kreis, bis Regeneration und so weiter abklingt. So, was wirken wir als nächstes? Wir sind leider nicht unter freiem Himmel, gell? Jo, innen. Okay. Okay. So, jetzt verwandelt sie sich in ein Panzer, das ist nicht so schön. Die Geißel wurde beseitigt? Die Tat ist getan. Und ich kann hören, wie das Land erleichtert aufatmet. In der Natur wurde ein großer Dienst erwiesen. Ein Dienst, den sie so schnell nicht vergessen wird. Das war nicht das, was ich wollte. Paz-Situation war schlecht. Okay, wir können hier außerhalb ein bisschen buffen. Nö, das nicht gerade, aber... Dann gibt's noch ne Hass dazu. Und da gucken wir mal. Ja, Kern. Nun kämpfst du gegen Jahira. Den Kampf der Rituale und heiße die Gelegenheit, will kommen, um verwerfliche Existenz zu beendet. Wachen, Wachen und Eindernisieren. Das hat gewirkt. Rentenhaut hat sie schon. Wachen, Wachen und Eindernisieren. Was kann sie gerade noch wirken? Das hier. Ja. Kretischer Treffer, aber immer noch kein Schaden, weil Steinhaut aktiv. So, gleich nochmal probieren. Fatsch, Wachen und Ferre. Fatsch, Wachen und Ferre. Kommt und stellst! ok ich habe wirklich nur der bären von den schoss ok sobald sie in panther chargt muss ich in das andere chargen